Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, viel Arbeit eben, ne? Ja, viel zu tun. So, auf, ne? Hallo? Ach, Sie sind's, Herr Kuschler. Ja, ja, ich bin's. Och, ich wollte nur mal so guten Abend sagen, überhaupt nicht. Ah! Nein, nein, das war Mo. Nein, ich glaube, das Essen ist angebrannt. Scheiße! Ja, das war sie schon wieder. Ja. Nein, nein, versprochen. Oh, nein! Das ist versprochen. Tschüss. Tschüss. Ich habe das alles wegen meiner blöden Eifersucht. Macht doch nichts. Was soll dir das denn werden? Babysteinbutt. Hat dir denn unser Babysteinbutt geschmeckt? Ja, danke. Danke. Noch Dessert? Nein. Was gibt's denn so? Hausgemachte Schokolade, und dort der Eis mit Schlagschahne, Krim, Karamell und Früchte. Ja, das nehme ich. Früchte. Nein, alles. Ich bin heute beim Arzt gewesen. Was, was beim Arzt? Hm? Na, Professor, wie hast du nur schnell einen Termin gekriegt? Ja, mal alles stehen und liegen lassen, als sie hörten, wer ich bin. Ja, sagenhaft. Und? Oh, es war schrecklich. Dass sie mich nicht nach die Schädeldecke abgehoben haben, war ein reines Wunder. Frau Schlimm. Hm. Ja, alles, bitte. Danke sehr. Alles haben sie gemacht. Röntgen, Ultraschall, von vorne und hinten, von hinten und vorne. Ich wollte nur noch, dass sie mich nackt ausziehen und zum nächsten Hörsaal schleppen. Monika, das medizinische Wunder. Ja, und? Du willst wissen, was rausgekommen ist? Hm. Nichts. Gar nichts. Gar nichts ist rausgekommen. Sie sind genauso schlau wie vorher. Ich meine, über dich wissen sie ja mittlerweile Bescheid, aber bei mir? Och, no, das klappt nie im Leben. Das ist alles viel zu kompliziert. Vicky? Wo warst du denn, Ernst? Hm? Ich bin noch bei dir. Mich wirst du nicht mehr nutzen. Ihre Schokoladenteute, bitte. Danke. Und ich? Was soll ich denn sagen? Glaubst du nicht, auch ich hätte manchmal Angst bei dem Gedanken? Na ja, aber irgendwie freust du dich doch drauf, oder? Na ja, sehr. No. No. Hm? Eigentlich brauchst du mich gar nicht mehr. Wie meinst du denn das jetzt? Das seh ich doch. Ich weiß gar nicht, was ich bei der ganzen Sache noch soll. Na, hör mal, du bist doch... Na, was denn? Vater, Mutter, Stiefmutter? Oh mein Gott, wir müssen die gleich so losschreien. Ich verstehe dich sehr gut. Ich schreie ja gar nicht. Ich bin doch nicht gleich beleidigt. Ich bin überhaupt nicht beleidigt. Ich finde nur, man sollte auf mich etwas mehr Rücksicht nehmen in meinem Zustand. So, ihr Kremtaramelle, bitte. Ja. Ach Gott, noch mal, nur hör doch auf zu essen. Reiß dich doch mal zusammen. Was, was, ich halte das bald nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Nimm doch nicht mal alles so schrecklich ernst. Na, wenn du so auf mir rumtrampelst. Jetzt stell dich nicht so an, Norbert. Und ihre Früchte, bitte. Wissen Sie was, wir können ihre Früchte behalten. Und die Creme auch. Wir haben jetzt Appetit vergangen. Rechtlos, wirklich. Mein Gott, soll das jetzt jeden Tag so gehen? Das Schlimmer ist eine schwangere Frau. Tja, Herr Kuschler.